Ich stehe vor dem Polizeirevier in Weinheim. Ingrid Noll liest heute Abend aus ihrem Buch Teatime. Kommt, wir gehen mal rein und gucken zu. Ingrid Noll gilt als der erfolgreichste deutsche Krimi-Autorin der Gegenwart. Im Alter von 54 Jahren schrieb sie ihren ersten Krimi, Der Hahn ist tot. Dieser wurde direkt ein großer Erfolg. Danach veröffentlichte sie alle ein bis zwei Jahre einen neuen Krimi. Bis heute sind es 21 Romane, fünf davon wurden auch verfilmt. Das bekannteste Buch dürfte die Apothekerin sein. Ihre Bücher wurden in 27 Sprachen übersetzt. Die Protagonisten sind meistens Frauen, die versuchen, etwas zu bekommen, was sie schon immer wollten und dafür Rivalinen oder lästige Männer um die Ecke bringen. Die Geschichten sind spannend, gehen tief in Abgründe der menschlichen Seele und sind gewürzt, mit schwarzem Humor und Situationskomik. Viele ihrer Romane spielen im Rhein-Neckar-Raum, unter anderem in Mannheim, Heidelberg, Ladenburg und Weinheim. Ingrid Noll erhielt für ihre Bücher zahlreiche Ehrungen und Auszeichnungen, unter anderem die Verdienstmedaille des Landes Baden-Württemberg und sie ist Ehrenkriminalhauptkommissarin der Mannheimer Polizei. Seit 2020 ist sie Botschafterin von Weinheim und sie gilt als Grand Dame des subtilem Mordens. Im Jahr 2023 wurde ihr auch die Ehrenbürgerwürde der Stadt Weinheim verliehen. Frau Noll, wir freuen uns ganz, ganz arg, dass wir Sie heute interviewen dürfen und ja, ich möchte Sie heute interviewen einmal zu Ihrer Person als allererstes und dann auch zu Ihrer Schriftstellertätigkeit. Sie wurden 1935 in Shanghai geboren und ihre Eltern waren in den 20er Jahren nach China ausgewandert und ihr Vater hat dort ein Spital eröffnet. Sie sind dann aufgewachsen, zusammen mit drei Geschwistern in Nanjing. Das war damals die chinesische Hauptstadt. Wie war denn Ihr Leben in Nanjing? Mein Leben war natürlich völlig anders, als wenn ich in Deutschland aufgewachsen wäre. Es hatte viele Vorteile und wieder viele Nachteile. Der Vorteil, wir hatten völlige Freiheit. Wir hatten Schule bei unseren Eltern, die beide keine Lehrer waren und das bedeutete, man fing irgendwann nach dem Frühstück an, saßen alle um einen Tisch rum und wenn es Mittagessen gab, war die Sache erledigt. Es gab keine Hausaufgaben, es gab keine Versetzung, es gab keine Zeugnisse, keine Klassenarbeiten, kein Stress und man hörte auch zu, was die anderen gerade so machten. Ja, also sehr locker. Der Nachteil, wir hatten auch keine Freunde. Wir hatten einen riesen Garten und ganz viele Tiere, das fand ich sehr schön und da wir so viel Zeit hatten, auch viel gelesen, uns viel ausgedacht, mit meinen Schwestern vor allem Theater gespielt und getöpfert und Tiere dressiert und was weiß ich, was wir alles gemacht haben. Jedenfalls hatte die Fantasie viel Platz. Zu der Zeit war ja auch der japanisch-chinesische Krieg. Haben Sie da irgendwie was, hat es Ihre Familie irgendwie beeinflusst oder oder sie in ihrem Leben irgendwie eingeschränkt? Ja, aber nicht in Nanjing selber, sondern das war vorher, waren wir auch eine Weile in Chungking und das wurde bombardiert von den Japanern. Das war schon heftig und deswegen sind wir von dort auch wieder weg. Das war nämlich kurze Zeit auch Hauptstadt. Wir waren die letzten zwei Jahre wieder in Shanghai und nicht mehr in Nanjing. Und dann haben wir tatsächlich Shanghai verlassen müssen, denn die Kommunisten standen vor der Tür. Na ja, da ist man eben zurück nach Deutschland und zwar mit dem allerletzten Schiff, was noch den Hafen verlassen hat. Das war nicht seetüchtig und das war völlig überfüllt von Flüchtlingen und wurde an verschiedenen Häfen sogar verhaftet, weil sie die Hafengebühr vorher nicht bezahlt hatten. Es dauerte also ewig. Ich war immer seekrank, habe das also in schrecklicher Erinnerung. Und als wir dann in Europa ankamen, in Genua, kamen wir erst mal alle in ein Internierungslager, weil wir gar keine Papiere hatten. Und dann endlich ging es dann nach Deutschland. Ja, wohin sollte man? Wir hatten noch Verwandten. Das war ein Bruder meines Vaters, der Studienrat war, in Hessen, aber auch geflüchtet war und deswegen eine Schulwohnung hatte von drei Zimmern, wo sie mit vier Kindern lebten. Und wir kamen auch noch mal mit sechs Personen dorthin. Das bedeutete, wir Kinder mussten erst mal alle im Zelt draußen im Schulgarten schlafen. Fanden wir aber auch nicht schlimm. Das Schlimme war erst, als wir dann tatsächlich in die Schule kamen. Der Direktor fragte meine Mutter ja, um Gottes Willen, in welche Klassen sollen wir denn diese Kinder tun? Wir kamen als Jüngste jeweils in irgendeine Klasse und waren sowas von grottenschlecht, das kann sich niemand vorstellen. Von Tuten und Blasen, keine Ahnung. Ich war nur gut in Deutsch und dann sind wir auch weggezogen von Nordhessen, denn mein Vater hat eine Praxis eröffnet in Bad Godesberg. Bonn war ja die Hauptstadt damals und er hatte die Chance, er sprach perfekt Englisch und Französisch, dass er eine Diplomatenpraxis aufgemacht hat. Und dann kamen wir dort wieder in eine andere Schule. Ja, und immerhin hat es mir irgendwie, ist es mir gelungen, mit 18 Jahren Abitur zu machen. Zwar bestimmt kein Einserabitur, aber das war damals auch wurscht, es gab kein numerus clausus. Ja. Kommen wir nochmal zurück zum Leben in Deutschland. Als Sie 19 waren, ist Ihr Vater gestorben. Wie hat es denn Ihre Mutter, ich meine, sie stand dann plötzlich ganz alleine da mit drei Kindern? Vier. Oder vier Kindern, genau. Wie ging das weiter? Ja, das war insofern ein Problem, weil sie keine Rente bekam. Mein Vater hatte ja im Ausland gearbeitet und nie eingezahlt. Und dann in Bad Godesberg hatte er eben auch nur eine Privatpraxis mit Ausländern und hat auch wieder nichts eingezahlt. Also stand sie plötzlich da. Keine Rente, aber vier Kinder, die alle noch nicht fertig waren mit irgendeinem Beruf. Das bedeutete, meine Mutter, die eigentlich so eine Art höhere Tochter war, Aquarell malen und Klavier spielen, aber trotzdem sehr patent. Die sagte nicht jetzt um Gottes Willen und die Welt geht unter, sondern sie sagte sofort, ich muss arbeiten. Und hat dann erst mal als Schulsekretärin begonnen und dann war sie beim Infas, einem Meinungsforschungsinstitut und hat da, bis sie 70 war, voll gearbeitet und dann bekam sie eben auch eine Rente. Und wir vier Kinder haben natürlich auch versucht, so schnell wie möglich auch was zu verdienen und das, was wir verdient haben, dann auch zu Hause abzugeben, damit der Haushalt lief. Wir wohnten natürlich alle erst mal zu Hause, weil das billiger war. Und nicht wie heute, wenn die Studenten sofort irgendwie ihre WG oder ihr Zimmer oder gar ihre Wohnung haben. So war das nicht. Wie ging es denn nach der Schule weiter? Was haben Sie nach der Schule gemacht? Dann fing ich erst mal halbherzig ein Studium an und dachte daran, Lehrerin zu werden. Dann aber kannte ich ja schon meinen Mann schon sehr früh und musste ja immer arbeiten, um Geld zu verdienen und dabei studieren und dabei noch Zeit für die große Liebe haben und so weiter. Es wurde mir irgendwie ein bisschen zu viel. Und auch mein Mann sagte, weißt du was, verdienen doch noch ein paar Jahre Geld und dann heiraten wir und kriegen Kinder. Und das wollen wir doch beide am liebsten. Und dann war ich dann eben noch zwei Jahre lang Pressesekretärin bei einem, wie hieß das, Pressedienst Osteuropa. Einem Litauer, der also Zeitungsausschnitte sammelte aus allen osteuropäischen Sprachen und die dann weiter verschickt hat. Und da er selber nicht so gut Deutsch konnte, musste ich so die Korrespondenz machen. Und heimlich, so nach Dienstschluss, trafen sich wahrscheinlich die baltischen Exilkönige und solche Leute. Das war so ein bisschen alles geheimnisvoll. Aber ja, dann schloss das aber auch. Dieses Büro, es machte Pleite und dann haben wir geheiratet. Wenn Sie schon von Ihrem Mann reden, wie haben Sie Ihren Mann kennengelernt? Mein Mann habe ich genau auf der Straße kennengelernt. Und zwar war es so, ich war ja in der Tanzstunde und da hatte ich einen ersten Freund, das übertrieben, aber so sagen wir mal einen ersten, mit dem ich anbendelte. Und der war wiederum mit meinem Mann befreundet. Und als ich eines Tages mit dem Fahrrad da durch die Straße fuhr, dann kam der auch mit meinem späteren Mann und da habe ich ihn mitten auf der Straße kennengelernt. Wie schön. Wie war denn Ihr Alltag mit drei Kindern? Wie kann man sich das denn zuhause vorstellen? Sie haben in der Praxis Ihres Mannes mitgearbeitet, Sie haben Ihre Kinder versorgt, später Ihre Mutter. Wie kann man sich das so vorstellen? Das kann man sich so vorstellen, dass ich rundum beschäftigt war. Also ich war auch im Elternbeirat in der Schule, das war eins. Die Kinder waren auch nicht immer ganz pflegeleicht. Mein Ältester hat viel Musik gemacht, ganze Bands probten hier in diesem Haus. Ich habe dann, als die Praxis eröffnet wurde, da viel gemacht, den ganzen Schreibkram natürlich, was mir später auch zugute kam, dass ich flink bin auf der Tastatur. Ja, und was habe ich denn sonst noch alles gemacht? So dies und das und jenes. Aber ich war am Abend todmüde. Ich hatte jetzt nicht viel Zeit, um plötzlich Schriftstellerin zu werden. Das kam dann erst ein bisschen später. Wann und warum kamen Sie nach Weinheim? Das hat natürlich auch mit der Heirat zu tun. Mein Mann war zuerst in Hessen an einem Krankenhaus, war dort Assistenzarzt und dann hat er aber den Facharzt gemacht und wurde also Facharzt für Innere und wollte sich dann verbessern. Und dort, am dortigen Krankenhaus, war das nicht möglich, weil der innere Oberarzt war noch jung. Und deswegen haben wir dann geguckt, wo in Deutschland wird ein Facharzt für Innere in einem Krankenhaus gesucht und zwar in einer Gegend, die vielleicht schön ist. Und dann war Weinheim unter unseren Favoriten. Mein Mann hat sich beworben, wurde sofort auch angenommen und dann sind wir deswegen hierher gezogen, ohne es vorher zu kennen. Aber wir dachten von Anfang an, das ist doch eigentlich auch sehr zentral. Größere Städte sind in der Nähe. Die Bergstraße, das hört sich doch alles gut an. Und das war auch eine sehr gute Wahl, die wir nie im Leben bereut haben. Wann war das? Wann sind Sie hier hingezogen? Das war 67. 67. Ich muss immer erst rechnen. Zahlen sind nicht meine Spezialität. Jetzt kommen wir zu Ihrer Schriftstellertätigkeit. Wie kamen Sie denn auf die Idee, Romane zu schreiben? Ja, also die Idee überhaupt zu schreiben war von Anfang an. Kaum konnte ich schreiben. Kaum konnte ich meinen Namen schreiben. In China war es ja nicht Ingrid. Das konnte kein Chineser sagen, sondern ich hieß Ami. Naja, ich wollte schon lange irgendwas Längeres schreiben. Begonnen hatte ich ja mit ganz kurzen Sachen, mit Kindergeschichten, die man so in ein paar Stunden geschrieben hat. Aber ich hatte schon lange vor, ich wollte einen Roman schreiben. Und die Idee kam eigentlich bei einem Klassentreffen. Bei diesem Klassentreffen zeigten, wir waren ja nur Mädchen in der Klasse, zeigten die einen Fotos von ihren Kindern und voller Stolz. Und die anderen hatten Karriere gemacht. Aber es gab kaum Frauen, die beides hatten. Und jede beneidete die anderen und dachte, toll, die hält Vorträge in New York und ist Professorin für Augenheilkunde. Toll, toll, toll. Und die anderen, ja, drei entzückende kleine Kinder oder auch schon größere Kinder. Und ich habe keins. Und ich dachte dann, wie wäre ich geworden? Jetzt ohne Kinder, ohne Mann, aber vielleicht mit irgendeiner Karriere. Man will ja eigentlich alles haben. Jeder möchte am liebsten alles haben. Und wenn man irgendwie erwachsen ist, weiß man, das geht nicht. Man muss sich auch entscheiden. Aber da kam mir diese Idee von Rosemarie Hirte, also meine erste Heldin, die vieles nicht hat und die mit Macht jetzt noch einen Mann haben möchte. Und zwar einen ganz bestimmten, in den hat sie sich verliebt. Und aufbiegen und brechen will sie den jetzt kriegen. Das war eigentlich so der Auslöser. Was ist, wenn man Illusionen hat oder noch Wünsche und das klappt nicht, das geht nicht. Was tut man dann alles dafür? Und deswegen wurde es dann auch letztendlich, um dieses, ihren Wunsch zu erfüllen, musste die Rosemarie dann einige Leute groß werden. Ja, es geht nicht nur um den Wunsch, sondern es geht auch um Defizite, die jeder hat. Jeder denkt ja, ich hätte gerne noch das und das gemacht. Aber es hat nicht geklappt. Bei manchen Menschen ist es so, dass sie das doch unbedingt noch erreichen wollen und dafür über Leichen gehen. Wie kommen Sie denn zu Ihren Geschichten? Wie komme ich dazu? Das werde ich öfter gefragt. Es gibt natürlich Dinge, die kann man lernen. Schon in der Schule hat man den Aufsatz und lernt, wie man gliedert und die Rechtschreibung lernt man und was weiß ich alles. Es gibt aber Dinge, die kann man nicht so gut lernen. Das ist zum Beispiel das Temperament, was jeder hat. Oder auch Humor kann man nur begrenzt lernen. Das kommt aufs Elternhaus an. Und bei mir ist es die Fantasie. Ich habe als Kind schon meine Eltern wahnsinnig genervt, indem ich mir irgendwelche Lügengeschichten ausgedacht habe, die gar nicht stimmten, auch manchmal selber daran geglaubt habe. Ich hatte immer ein bisschen zu viel Fantasie. Mehr als meine Geschwister. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, den kann man nicht so direkt lernen. Das ist genetisch bedingt. Und das ist jetzt mein Kapital. Als Kind war es natürlich unangenehm. Meine Eltern waren manchmal richtig sauer, wenn ich da irgendwas erzählt habe, was überhaupt nicht stimmte. Zum Beispiel hatte ich als kleines Mädchen mir eine große Schwester erfunden. Ich hatte ja nur den großen Bruder und kleinere Schwestern. Und meine große Schwester hieß Elli. Ich sprach also öfter mit Elli. Und dann kamen Freunde meiner Eltern, wo ist sie denn eigentlich, diese Elli? Hm, was sollte ich sagen? Ich hatte irgendwas aufgeschnappt. Elli sitzt gerade in Moskau im Gefängnis. Und meine Eltern waren überall im Maßen. Jetzt bist du still. Was redet das Kind da wieder für einen Quatsch? Und nahmen mir das sehr übel. Denn die Leute dachten, sowas kann ein Kind sich nicht ausdenken. Da muss doch irgendwas dran sein. Ja, und so habe ich sie wahrscheinlich öfter gequält. Haben Sie auch in Ihren Büchern, dass Sie manchmal auch irgendwie Figur oder Personen, die Sie irgendwann mal erlebt haben, dass Sie die mit einbinden? Also als fingierte Figur? Oder sind es wirklich alles Fantasiegeschichten? Naja, mein hohes Alter hat natürlich viele Nachteile, aber auch einen Vorteil. Ich habe schon sehr viele Menschen kennengelernt und kann mir aus vielen, vielen, die ich kenne, was Neues zusammenmixen. Ich würde auf keinen Fall irgendeinen Menschen erfinden, in dem man sich wiederfinden kann. Dass dann jemand sagt, das bin ja ich. Wie kannst du nur? Dann hätte ich keine Freunde mehr. Die Familie würde sich entsetzt abwenden. Darauf kann man sich verlassen, dass ich das nicht mache. Ja. Wie gehen Sie beim Schreiben vor? Also wie können wir uns das praktisch vorstellen? Also wie fangen Sie an? Also ich habe selbst auch mal probiert, von meiner Oma irgendwelche Sachen aufzuschreiben. Das ist mir nicht gelungen. Also wie gehen Sie da vor? Eigentlich meldet sich immer eine Idee von alleine. Wenn ich mit einem Buch fertig bin, dann gibt es eine Pause, dann schreibe ich gleich Kurzgeschichten oder auch mal was für eine Zeitung oder was ganz anderes oder überhaupt gar nichts. Aber irgendwann meldet sich eine Figur. Und zwar gehe ich nicht jetzt vom Plot aus, wie viele Kollegen, die sagen so und so und das muss irgendwie rauskommen und der Mord, Sondern ich gehe einzig von einer Frau aus, die sich bei mir meldet. Und ich muss ganz genau wissen, alles über die, bevor ich überhaupt ein Wort schreibe. Wie alt ist sie? Was hat sie für Wünsche und Träume? Hat sie Familie? Die ganze Biografie? Wie war die Kindheit? Was hat sie für Traumata erlebt? Also ganz viel muss klar werden. Und was will sie noch? Was möchte sie noch? Und wenn die sitzt, dann erfinde ich noch Nebenfiguren und hetze die dann aufeinander und irgendwann kracht es dann auch. Wenn Sie jetzt, also Sie haben ja mit 54 angefangen zu schreiben. Warum mit 54? Also warum haben Sie nicht schon vorher geschrieben? Ich habe vorher schon gerne Briefe geschrieben und ganz kurze Sachen. Also bei Betz und Gelberg kamen auch schon mal ein paar kleine Kindergeschichten, die ein paar Seiten lang waren. Das war aber nichts. Das Wichtigste, das Ausschlaggebende war das eigene Zimmer. Virginia Wolf lässt grüßen. Man hat natürlich kein eigenes Zimmer, wenn man drei Kinder hat. Geht gar nicht. Jedes Kind hat sein Zimmer und hat ein Recht darauf, die Mutter hat keins. Und dann waren die Kinder irgendwann alle drei weg. Dann hatte mein Mann ein Zimmer für sich. Das fand er auch ganz wichtig. Meine Mutter zog hier ein als alte Frau und bekam das schönste Balkonzimmer und ich bekam das Zimmer meiner Tochter. Und kaum hatte ich das Zimmer, fing ich erst mal an mit anderen Experimenten. Also ich habe auch sehr gern gezeichnet. Ich habe an der Volkshochschule Spanisch gelernt, im Chor gesungen und was Frauen im Klimakterium so treiben. Und dann aber dachte ich, das Treiben ist es. Das war es schon immer. Das war, liegt mir am meisten. So war der Anfang. Ohne eigenes Zimmer wäre es nie was geworden. Man muss eine Tür zumachen können. Haben Sie für Nachwuchsautoren einen Tipp oder irgendwie aus Ihrer Erfahrung, wo Sie sagen, ja, was können Sie denen für einen Tipp geben? Der wichtigste Tipp ist, man soll sich nicht nach einem Trend richten. Also irgendwann fragte mich ein Verlag mit, nicht meiner, sondern ein ganz fremder, ich sollte doch bitte was schreiben über Missbrauch in der Kirche. Das wäre gerade so innen. Ich sagte, ich schreibe nicht irgendwas, was gerade in ist, sondern etwas, was mir sehr nahe geht, womit ich mich beschäftige, wo ich mich einfühlen kann. Und das würde ich auch allen anderen sagen. Nicht sagen, das ist gerade der Trend, jetzt schreibe ich das mit halbem Herzen, sondern das, was einem selber sehr wichtig ist, was unter den Nägeln brennt. Ein langer Tag noch ein paar Kräte für heute. Unser Traum von Böden